Auf Aufnahme. Jo, moin zusammen, hier sind wir wieder beim Podcast Krypto & More. Ich bin Benni, Mr. Bagu. Ich bin heute auch mal wieder dabei, seit langer Zeit. Ich war lange Zeit nicht available wegen Kind und Beruf sehr eingebunden. Und ja, ich freue mich, heute wieder mit euch hier quatschen zu können. Und zwar geht es heute um das Thema Freundschaft. Freut mich, dass du wieder mal dabei bist. Endlich mal wieder zur dritten Aufnahme. Wir haben die letzten, ich weiß nicht, wie viele Folgen das waren. Ich glaube, zehn Folgen haben wir ja nur zu zweit aufgenommen. Deswegen, glaube ich, freut es uns beide, dass du heute endlich mal wieder am Start bist. Und wir zu dritt endlich mal wieder vor allem so ein spannendes Thema aufnehmen können. Klingt vielleicht jetzt gerade nicht so spannend, Thema Freundschaft, aber... Ich finde es mega spannend. Ich finde es mega spannend, weil es ist so facettenreich. Ja, ich bin sowieso mal gespannt, weil das Thema begleitet mich jetzt schon zwei Wochen circa, zwei, drei Wochen rum. Und ist für mich auch so ein bisschen, um dann auch noch mal mit dem Thema abzuschließen. Weil bei mir waren jetzt die letzten zwei Wochen so zwei, drei Themen. Deswegen habe ich dieses Thema auch an sich vorgeschlagen, weil ich eure Meinung wissen wollte. Ich habe mir aus meinem Freundeskreis natürlich Meinungen geholt, aber ich würde auch gerne mal eure Meinung und darüber auch mal ein bisschen diskutieren. Deswegen, schön, dass du dabei bist auf jeden Fall, Benji. Servus auch mal, René. Hallo und Manu, herzlich willkommen bei unserem Kummerkasten. Teile uns gerne mit, was dich seit zwei Wochen bedrückt. Zieh das doch nicht hier gleich so ins Lächerliche. Nee, es passt schon. Nein, das ist nicht ins Lächerliche gezogen. Das ist einfach die Sachen mit ein bisschen Humor füllen. Ich nehme das Ganze schon sehr, sehr ernst und ich bin schon seit zwei Wochen gespannt darauf, wie ein Flitzebogen auf die Geschichte. Eine Woche. Wir haben letzte Woche aufgenommen. Ganz kurz vorweg, Grüße gehen noch raus an meinen Neffen Tim, der tatsächlich unseren Podcast verfolgt, was ich nicht gedacht hätte. Also, Tim, ich grüße dich hiermit. Grüße gehen auch raus von mir. Ist eine coole Socke. Der ist wirklich eine coole Socke, der Typ. Und ich war sehr überrascht. Er meinte zu mir, er findet unseren Podcast richtig gut und er verfolgt den. Und ich wusste das erst gar nicht. Also, dass mein Neffe unseren Podcast guckt. Ich muss auch echt dazu sagen, in den letzten Wochen sind immer mehr Zuschauer auch dazugekommen. Natürlich, wir behandeln ja hier nicht nur, ich sage jetzt mal, Krypto-Themen, auch wenn der Podcast Krypto in More. Die letzten zwei Wochen oder drei Wochen davor ging es ja only um Bitcoin. Ich weiß nicht, ob du die letzten Folgen auch mal angehört hast, aber davor hatten wir auch mal ein bisschen kritischere Themen, was dann jetzt auch wiederum heute Auswirkungen eben auf diese Folge Podcast eben hat. Deswegen bin ich auch auf dieses Thema heute gekommen. Aber ja, ich merke schon, das Interesse nimmt immer mehr zu, was ich auch sehr, sehr cool finde einfach, dass immer mehr Leute unseren Podcast einfach auch hören. Also auch Liebe geht raus an alle, die das teilen, hören, liken auf Spotify, Apple Podcast etc. pp., ihr wisst Bescheid. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Jetzt schon die, boah, ich glaube, es müsste ja die 24. Folge mittlerweile sein. Also 24 Wochen machen wir das jetzt schon. Halbes Jahr fast. Risch gut, risch gut, risch gut. Ich, äh, Respekt, Respekt. Und das, obwohl ich nicht mal dabei war. Wie soll das jetzt erst abgeben? Du warst, 50 Prozent warst du auf jeden Fall schon dabei. Weil es genauso dein Anteil ist. Also so sind wir ja auf jeden Fall schon mal nicht, ne? Ja, ähm, würde ich sagen, wir verlieren jetzt gar nicht so viel Zeit. Thema Freundschaft, was ist, ich fange jetzt einfach mal so an, was ist für euch Thema Freundschaft? Oder wie sieht euer Freundesgras raus? Und danach darf René seine Frage nämlich stellen, die er mir letzte Woche am Ende gestellt hat oder stellen wollte, die ich ihm nicht beantwortet habe. Aber jetzt erst mal so grob, was ist für euch Freundschaft? Das ist doch sehr übel. Soll ich mal anfangen heute? Kannst du gerne anfangen. Okay, dann, ähm, weil ich brenne tatsächlich drauf. Ich finde das Thema richtig cool und ich finde es auch mega spannend. Freundschaft ist ein eigentlich extrem starkes Wort, was manchmal viel zu lapidar dahingesagt wird. Also gerade durch Social Media, ja. Ich habe 500 Facebook-Freunde oder so, oder früher war es Facebook, jetzt ist es keine Ahnung, Instagram, TikTok, schlag mich tot. Ich bin da nicht mehr up-to-date. Aber, ähm, es ist so durch so einen gewissen inflationären Gebrauch, auch durch Social Media ist dieser Begriff, wissen manche Leute gar nicht mehr, was richtige Freundschaft ist. Und für mich ist zum Beispiel richtige Freundschaft, ich habe jetzt zwei Freunde, mit denen bin ich seit der siebten Klasse befreundet. Und wir sind mittlerweile, ich bin jetzt der Letzte, der Papa geworden ist, die beiden anderen waren vorher schon Papa, wir sind jetzt mittlerweile alle Papas. Wir treffen uns trotz allem immer noch regelmäßig, also regelmäßig ist wirklich nicht mehr häufig, so vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr, wenn es gut läuft, auch mal dreimal im Jahr. In der Regel so zweimal im Jahr, einmal im Winter, einmal im Sommer. Treffen wir uns und zocken Micromachines auf dem Sega Mega Drive. Also so richtig halt quasi wie früher in der Kindheit. Und wenn wir zusammen abhängen, dann fühle ich mich auch wieder wie zurück in der Kindheit versetzt, weil mit den Leuten kann ich ich selber sein. Ich muss mich nicht verstellen. Ich muss nicht irgendwie versuchen, irgendwas zu beweisen. Ich kann einfach meinen Kindskopf raushängen lassen. Ich muss nicht so tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin, um irgendwie cool zu sein oder um akzeptiert zu werden, sondern man ist einfach zu 100 Prozent man selbst. Man weiß, die anderen einzuschätzen, weil man sie halt eben auch schon so lange kennt. Und es sind halt eben, ja, es sind halt eben Kindheitsfreunde, Kindheitsfreundschaften, die bis jetzt, ich meine, ich bin mittlerweile 40, die bis jetzt gehalten haben. Und das ist, also ich habe letztens auf Reddit einen Thread gesehen, wo einer am Rumheulen war, dass er seine Kindheitsfreunde jetzt verloren hat, weil die sich irgendwie gestritten haben und so. Und ich habe, und alle haben so traurige Geschichten erzählt und ich saß immer nur so davor und dachte mir so, nö, bei mir nicht, kann mir nicht passieren. Ist einfach, ist einfach out of question. Und egal, wie unterschiedlich unsere Meinungen auch manchmal sein mögen, also der eine ist zum Beispiel auch gerade jetzt in der aktuellen politischen Lage, hat der eine recht, naja, eine etwas andere Meinung als ich auch zum Beispiel. Und das ist auch okay und wir sagen uns die Meinung auch und wir können uns dann auch manchmal fetzen, aber wir wissen, egal, wir sind Freunde. Und darauf kommt es an. Und wir wissen, wir können immer auf den anderen zählen, wenn richtig die Kacke am Dampfen ist. Und das ist, das ist was, ja, was ich um nichts in der Welt, ehrlich gesagt, gegen nichts eintauschen möchte. Und was ich für lange Zeit so als selbstverständlich hingenommen habe, weil ich halt in der Situation war und nicht wusste, dass das so was Besonderes ist. Aber als ich dann da auf Reddit gelesen habe, wie viele Leute eigentlich gar keinen Kontakt mehr haben zu ihren damals besten Freunden oder die gar keine richtigen besten Freunde mehr haben, weil sie halt so gestresst sind vom Leben, ne, Arbeit, Kinder und das und das. Und dann hat man ja auch irgendwann und dann zieht man in eine andere Stadt. Ich meine, wir wohnen halt auch alle in anderen Städten. Da ist es halt auch schwer, sich zu treffen. Aber trotzdem treffen wir uns. Wir machen unseren Daddy. Mittlerweile ist das halt der Daddy-Treff. Also wir sind ja alle drei Daddies. Dann bringen wir alle unsere Kinder mit. Die Kinder spielen alle. Unsere Kinder spielen miteinander. Wie geil ist das? Und wir grillen dann im Sommer bei meinem einen Kumpel auf der Terrasse und die Mädels machen sich einen schönen Mädelstag ohne Kinder. Und wir passen auf die Kinder auf. So muss es sein. Ja, es ist wirklich, es macht richtig Bock. Und ich bin mittlerweile so froh, dass ich das habe. Wie ist es bei dir, René? Und das ist für mich Freundschaft. René, wie ist es bei dir? Ja, im Grunde, ich würde sagen, ich habe noch zwei Kollegen aus meiner Schulzeit quasi. Und Freundschaft ist am Ende des Tages, wenn die Scheiße richtig am Dampfen ist. Dann brauchst du ein, zwei Motherfucker-Kollegen, mit denen du notfalls die gesamte Bundesbank in die Luft springen kannst. Oder die du einfach anrufen kannst, wenn du auf der Brücke stehst und sagst, Bruder, komm vorbei oder ich springe. Und innerhalb von spätestens 20 Minuten ist dieser Mensch an deiner Seite und ist für dich da. Finde ich einen wichtigen Punkt. Hast du absolut recht. Durch dick und dünn, wie ein guter und schlechter. Ja, sagt sich aber immer so leicht. Jetzt mal, weil du es vor allem gesagt hast, vor allem mit Social Media heutzutage und sowas. Jeder sieht nur noch, ey, ich habe jetzt hier 3000, 4000 Follower, 5000 Follower. Wie viele Leute, mal jetzt das Beispiel von René gesehen, wenn du auf der Brücke stehst, wie viele Leute wären dann wirklich noch auf deiner Seite oder würden sagen, ey, ich bin jetzt in einer Stunde da und sowas, lass die Scheiße, sowas so in der Art. Bleibt nur noch ein sehr, sehr geringer Teil meiner Meinung nach übrig heutzutage. Und da sollte man sich echt auch mal Gedanken machen. Ich habe auch früher, das kann René, René, du darfst jetzt deine Frage stellen von letzter Woche. Hey, ich habe sie vergessen, aber erzähle endlich deine Story. Alter. Nein, René hat letzte Woche gefragt, ob ich noch viele Freunde habe. Ach so, ja, hast du noch viele Freunde. Ich würde es jetzt einfach mal so beantworten, ich habe einen engen Kreis, das ist bei mir so unterteilt. Ich habe einen sehr, sehr engen Kreis, wo ich weiß, auf die Leute kann ich mich verlassen. Da sind eben solche Situationen, wie es jetzt René beschrieben hat, wenn Scheiße am Dampfen ist, dann komme ich oder weiß ich, auf die Leute ist Verlass. Und dann habe ich einfach Leute in meinem Umkreis, wo ich sagen würde, okay, mit denen kann man normal reden, mit denen kannst du was machen. Dann gehst du mal in die Shisha, machst du das und das und das. Alles schön und gut. Aber so ab einem gewissen Punkt ziehe ich dann auch so meine Linie, wo ich sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber gehört noch einigermaßen zum Freundeskreis. Nur ich unterteile das einfach bei mir persönlich eher. Sehr, sehr engen Freundeskreis. Die kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wenn ich es jetzt müsste. Und danach sagen wir einfach jetzt mal so, ist halt ein größerer Bekanntenkreis, um das jetzt mal so zu sagen. Aber für mich ist Freundschaft dann auch ein bisschen mehr, als nur ein bisschen auf Instagram befreundet zu sein. Oder auf Facebook, wie Benji das gesagt hat. Und ja, genau, so läuft das im Endeffekt bei mir ab. Ich weiß nicht, Benji, du hast ja auch gemeint, paar Freunde nur. Bin ich auch ganz ehrlich Fan davon, weil es ist auch immer so ein Ding, wenn du 20, 30 Freunde hast, du musst dich damit auch ein bisschen beschäftigen. Freundschaft musst du hegen, pflegen, gehört alles dazu. Genau. Und in der Schulzeit war es immer so, ja, Alter, der hat 30 Freunde und sowas und so. Aber ich glaube, umso älter man wird, ne, umso weniger Freunde wirst du wahrscheinlich auch haben. Oder umso mehr wirst du die schätzen, die du im Endeffekt auch momentan oder dann auch zukünftig an deiner Seite einfach hast. Absolut. Es kristallisieren sich halt mit der Zeit die echten, die richtig dicken Freunde. Äh, ich finde das Beispiel sehr schön. Man steht da an der Brücke und ruft an und innerhalb von 20 Minuten ist er, das wird bei uns nicht gehen, weil wir einfach so weit auseinander wohnen. Dazu müssten wir ja erstmal Teleporter erfinden. Ja, aber dann halt er setzt sich ins Auto und macht sich auf den Weg. Ja, also, genau, und, ähm, das, das sind halt nur die wenigsten am Ende des Tages, ne? Und das weiß man ja am Anfang aber nicht. Man kann den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken. Man weiß nicht, äh, wie sind die dann im Endeffekt wirklich drauf. Und man merkt dann einfach mit der Zeit, was sind, wer sind die, die wirklich auch, ne, in den, in den, in den schwierigen Situationen zu einem halten und die dann halt auch mal sagen, oder die einem, Freunde, ich hab mal einen schönen Spruch gesehen, Freunde sind diejenigen, die dir Recht geben, auch wenn du im Unrecht bist. Ja, jemand gibt, wenn du, wenn du Recht hast und die Leute geben dir alle Recht und jubeln dir zu, ja, dann, dann, okay, dann ist es einfach, dir Recht zu geben, weil du ja Recht hast. Wenn du irgendwas sagst, wenn du irgendwas sagst, was, was ein faktischer Wahrheit ist. Aber Freunde sind halt auch dann diejenigen, wenn alle anderen sagen, wenn alle anderen, ähm, dich, dich am Boden sehen wollen und vielleicht noch und drauf treten, das sind diejenigen, die dann sagen, ja, sehe ich vielleicht anders, aber komm, ist mir jetzt egal, oder, ne? Ich, ich, ich sehe da, äh, aufbauend, äh, auch mal, auch mal Contra gehört auch dazu, also nicht immer nur Recht geben, Contra gehört auch mal dazu, Diskussion, so wie du es auch gemeint hast, gehört auch vollkommen dazu. Ja, gehört auf jeden Fall in eine gute Freundschaft ist, also es ist keine, es ist keine Freundschaft, nur weil der andere zu allem Ja und Amen sagt, dann, darum geht es nicht, das stimmt, aber, ähm, was ich damit sagen will, ist eigentlich auch was anderes, das sind, Freunde sind halt Leute, die zu dir halten, in Situationen, wo alle anderen eben nicht mehr zu dir halten. Weil, weil es eben schwieriger ist, zu dir zu halten. Das hat nicht unbedingt mit Recht geben, das ist vielleicht schlecht ausgedrückt gewesen, aber, ja, ähm, die halt in schwierigen Situationen, wo alle anderen sagen, ne, ist ein Asi, mit dem wir nichts mehr zu tun haben, oder was, die dann halt trotzdem sagen, ich scheiß drauf, ja, du hast vielleicht Mist gebaut, aber du bist mein Freund und das ist, der Rest ist mir scheißegal. So, das ist, richtig. Ja, jetzt mal ein bisschen zu meiner Story, warum ich eigentlich diese, äh, Folge im Endeffekt ins Leben gerufen hab. Du hast mich in meiner Meinung, Benji, was? Ich bin auch mega gespannt jetzt. Äh, du hast mich in meiner Meinung grad schon mit deinen Anfangsworten vorhin schon ein bisschen bestätigt, so, ne, also, ich sag jetzt nicht was, auf jeden Fall, die ganze Geschichte hat im Endeffekt angefangen, wo, ähm, René und ich die Podcast-Folge mit AfD und Wahlen gemacht hat. Es ist ein schwieriges Thema, ne, wie du's gerade selber gesagt hast, Politik und sowas, äh, absolut krass momentan, was in Deutschland abgeht, für AfD, gegen AfD und sowas, das ist, will ich jetzt hier auch gar nicht anfangen, dieses Thema, dafür haben wir lange genug, äh, schon in der einen Podcast-Folge geredet, etc., pp. Auf jeden Fall hat die ganze... Es spaltet halt die Leute, ne? Es spaltet die Leute, absolut. Und ich kenne viele, die durch diese Themen, auch die aktuellen Themen mit Ukraine und Israel und alles, was gerade so abgeht, Ich kenne tatsächlich viele, die Freunde, die 30 Jahre lang, 40 Jahre lang befreundet waren, haben Arbeitskollegen erzählt, die sich, die sind nicht mehr befreundet, weil die gesagt haben, ich kann mit dieser Person nicht weiter befreundet sein, weil die hat so eine krass unterschiedliche Meinung, was diese Themen alle angeht. Und ja, das ist, das ist schade, das ist wirklich schade, dass diese Themen mittlerweile so emotional hochgekocht sind, dass die Leute, dass die Leute auch so extrem dann werden und so, und nichts anderes mehr zulassen und so. Ja, und das ist, das ist genau, äh, dieser Punkt eben, weil kurz nach der Folge, die René und ich aufgenommen haben, äh, gab's dann, ich sag jetzt keine Namen und so, das hat auch hier ehrlich gesagt nichts zu suchen, geht einfach nur darum, dass ich das Thema hier einfach nochmal anspreche, äh, gab's dann einen Post auf Instagram, wie, äh, alle, die die und die Partei wählen, die müssen wir jetzt auch nicht nennen, sind entweder Neonazis oder dumm, ne? Ja, und daraufhin hab ich halt, äh, geantwortet, dass ich's ein bisschen hart find und sowas, äh, sorry, bin noch ein bisschen erkältet, ähm, das alles so über einen Pranger zu stellen und sowas, ne? Und dann fing das schon mal an, es war jetzt keine enge Freundin, ne, ich sag jetzt mal Bekanntenkreis und sowas, äh, ja, ich stelle schon Politik etwas über Freundschaft so in dieser Art, ne, und so, war mein erster Berührungspunkt und sowas, hab ich mir gemeint, okay, alles schön und gut, äh, theoretisch hat's mich nicht so berührt, weil wir wenig zu tun haben, ne? Juckt mich in diesem Zusammenhang relativ wenig. Jetzt hatte ich aber letzte Woche nochmal diesen Fall, äh, dass im Endeffekt das allergleiche wieder passiert ist, nur vom engeren Bekanntenkreis, wo es dann hieß, mhm, du wählst das und das und sowas, äh, geht gar nicht und, äh, ich muss damit erstmal klarkommen und sowas, ne? Wo ich mir einfach dachte, wo sind wir mittlerweile so angekommen, ne? Und das Lustige war, die erste Story, wo ich gerade erzählt hab, hat nochmal eine andere Freundin dann, äh, nochmal etwas aufgefrischt, also wirklich von meinem, äh, sehr, sehr engen Freundeskreis und sowas, die hat mir das dann auch nochmal, äh, so erzählt. Wie gesagt, ich geh jetzt nicht näher ins Detail rein und da hab ich dann auch wieder gemerkt, ey, krass, okay, du merkst, in solchen Situationen, wenn wir jetzt schon beim Thema Politik entscheidet über Freundschaften geht, wer sind deine engen Freunde und sowas, ne? Und das hat mir das alles nochmal komplett bestätigt und das ist jetzt auch dieser Auslöser für eben diese Folge, weil ich es einfach krass finde, wenn man, äh, heutzutage, nur weil man eine politische Meinung hat, ne? Ich meine, wir haben, wie hat's René so schön gesagt in der Folge damals, wir haben freie, äh, geheime Wahlen, etc., pp, nur, weil ich halt jetzt eben, oder wir jetzt hier in der Situation sind, dass wir einen Podcast haben oder auch YouTube, etc., pp, dann mal ein bisschen mehr unsere Meinung sagen, sowas soll dann im Endeffekt darüber entscheiden, wie du dich die letzten zehn Jahre verhalten hast. Also, wo vorher das Thema Wahlen, Politik nie ein Thema war, ist es plötzlich, äh, komplett zum Thema geworden und, äh, sowas entscheidet Freundschaften. Finde ich, so wie du's auch gesagt hast, man kann drüber reden, ne? Also, wir haben auch geredet im engen Freundeskreis darüber über das Thema, ich hab auch kein Problem, mich zu irgendwelchen Themen zu äußern, ne? Ist nicht mein Problem, das haben mir auch meine Freunde im Endeffekt gesagt, äh, wir haben drüber geredet, alles schön und gut und sowas und dann ist das Thema auch wieder gut, ne? Die behandeln mich jetzt nicht anders, ich behandle die nicht anders, nur weil sie das und das wählen oder sowas. Es juckt mich ehrlich gesagt nicht, ich find's einfach krank oder einfach traurig teilweise, dass solche Themen über Freundschaft mittlerweile entscheiden, versteh ich einfach nicht. Krass geworden, ja, es ist wirklich krass geworden, das kann man nicht anders sagen, also, und, und, ähm, als wir dieses Thema hatten und, äh, also bei uns in unserem Freund, in unserem engen Freund, also jetzt besonders mit diesen zwei Dudes, die ich vorhin schon erwähnt habe, als, als, als es dann so ein bisschen um Ukraine ging und so und Putin und so und da, da wurde's dann auch teilweise mal so ein bisschen härter, sag ich jetzt mal und dann, und ich hab dann auch, also wir haben, wir haben halt ne, ne Signalgruppe, da schreiben wir immer zu dritt, also das ist so eine Dreiergruppe und wir kamen an einen Punkt, wo ich gesagt habe, ey Leute, komm, lass uns hier aufhören, lass uns da jetzt nicht weiter drüber schreiben, es bringt einfach nix, lass uns da drüber quatschen, wenn wir bei dir auf der Terrasse in der Sonne mit einem Bierchen sitzen, dann können wir, dann können wir darüber reden, dann können wir uns auch einen Schlag in der Fresse hauen von mir aus und danach, äh, trinken wir weiter zusammen. Ja, also, ganz ehrlich, äh, ich würde wegen so, und das, und, genau, und der eine meinte dann halt, also der eine, dessen Meinung so ein bisschen abwich von uns beiden anderen, der meinte dann halt auch so, schon so, ja, ich hoffe, ich darf das jetzt noch sagen und werde nicht gecancelt von euch. Ich habe sofort gesagt, Junge, sag, was du sagen willst, hier wird niemand gecancelt, wir sind hier, wir sind hier Freunde forever, dann ist es scheißegal, niemand wird hier gecancelt und wir werden einfach immer weiter miteinander reden und den Dialog aufrecht halten und ganz ehrlich, ich glaube, das ist was, was unserer Gesellschaft als solches mal gut täte. Nicht immer sofort die Leute in irgendeine Ecke stellen oder in irgendeine Ecke drängen, in der sie sich selber vielleicht gar nicht sehen, wie du schon sagtest, wenn jetzt einer sagt, okay, alle AfD-Wähler sind Nazis. Ja, holler die Waldwähler, ich meine, ich hasse die AfD auch, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich kann mit der Partei nichts anfangen, ich bin komplett dagegen, aber wenn mir jemand sagt, ich wähle die AfD oder wenn jetzt einer meiner besten Freunde mir das sagen würde, ich wähle die AfD, dann würde ich, dann würde ich nicht sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr befreundet. Dann würde ich mit ihm reden, dann würde ich sagen, ja, okay, aber warum, was findest du an denen gut? Dann könnten wir mal sich zusammen hinsetzen, vielleicht mal das Portalprogramm durchlesen, ob die wirklich so geil sind, wie sie immer tun und vielleicht mal sich ein paar Sachen angucken, was sie so in der Vergangenheit auch getan haben und so, das ist ja alles relativ zweifelhaft, was die so tun und was die von sich so geben. Da kann man dann halt reden und wenn er nach dem Gespräch immer noch sagt, er wählt AfD, dann sage ich, ja, okay, gut, dann wähl du AfD, ich finde die trotzdem scheiße, aber deswegen werde ich jetzt nicht eine Freundschaft, die seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren besteht, wegen so einer Scheiße aufkündigen. Auf keinen Fall, würde ich niemals machen und das ist das, was der Gesellschaft fehlt und deswegen werden wir auch immer mehr gespalten. Und das kommt ja Leuten wie der AfD auch nur zugute, dass wir uns immer mehr gespalten. Also wer mag es am liebsten, wenn, das ist das alte Konzept, teile und herrsche, spalte die Leute und herrsche dann über sie. Wenn wir geeint sind, dann ist es viel schwerer, irgendwelche Gesetze durchzudrücken, wo das Volk dagegen ist. Wenn das Volk aber sich selbst nicht einig ist und alle nur gehen unter und wir uns untereinander nur behaken, dann machen die da oben mit uns, was sie wollen. So sieht es aus. Ich finde halt, dass wir, das zeigt halt einfach mal wieder, an welchem Punkt wir mittlerweile so ein bisschen in dieser Gesellschaft, finde ich, angekommen sind. Ich meine, wir haben ja viele gesellschaftliche Themen und sowas. Und sowas hatten wir das dann einfach nochmal gezeigt, wo wir mittlerweile einfach stehen. Wir unterhalten uns oder versuchen oder kündigen zwischenmenschliche Freundschaften einfach mal, nur aufgrund Politikthemen. Niemand wird sich je zu 100 Prozent einig sein. Ich meine, Manu, sogar wir beide haben, wir wissen, wir haben... Das muss ich auch noch sagen, ja. Genau. Auch wir hatten schon unsere Meinungsdiskunten hier. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir respektieren die Meinung des anderen. Richtig. Wir machen uns jetzt deswegen nicht immer an. Ich meine, ich weiß auch... Ich weiß, dass wir auch teilweise unterschiedlicher Meinung sind, ne? Aber das ist ein Thema von, ich sage jetzt mal, vielen Themen, wo wir uns dann aber wiederum ergänzen oder sowas, wo wir vielleicht einer Meinung sind, ne? Aber dieses eine Thema, so über alles zu stellen, heutzutage, finde ich einfach krass. Weil wir haben, jeder hat das Recht, meiner Meinung nach, zu wählen. Jeder hat das Recht, eine freie Wahl zu haben. Jeder hat das Recht, eine geheime Wahl zu machen, ne? Und das Ding ist dann, wir hatten, was hat die eine Partei, sage ich jetzt einfach mal, 25 Prozent jetzt irgendwo in einem Bundesland und sowas. Ja, wir wissen ja, wovon du redest, von welcher Partei. Ja, natürlich, aber ich muss es ja nicht unbedingt sagen, ne? Ich will jetzt hier, ihr wisst, was ich meine. Nein, auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, jeder Führte würde es dann einfach wählen, ne? Ja. Und nur, weil dir keiner es ins Gesicht sagt, dass er diese Partei gewählt hat, heißt es ja nicht, dass er sie nicht gewählt hat und sowas, ne? Und das finde ich dann, und das habe ich nämlich dann auch so ein bisschen argumentiert, hey, ich bin ehrlich zu euch, wir können gerne den Austausch machen oder sowas. Aber halt nicht mit diesem Kontra-Argument kommen, ja, ich finde das absolut verwerflich und sowas. Weil, was ist, wenn deine Eltern das wählen oder sowas? Hast du dann auch keinen Bock mehr auf die? Meldest du dich dann nicht mehr bei denen nur, weil ihr politisch, wirklich nur politisch anderer Meinung seid, ne? Ja, ich meine, solche Situationen kenne ich ja sogar. Ich kenne Leute... Ja, aber es ist doch okay. Ich meine, was ändert das an dem Menschen, der er vor fünf Minuten war, bevor du ihn, ne? Also, und man soll ja, wie du auch gesagt hast, nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Also diesen Vergleich, wo ich vorhin genannt habe, ne? Du bist entweder des oder des, wenn du des wählst. Das finde ich absolut asozial und so, ehrlich muss ich jetzt auch mal sagen, ich finde sowas asozial hoch zehn, überhaupt das in zwei Lager dann zu stellen. Dann könnte ich genauso sagen, ey, jeder der Grün wählt ist des und des, ne? Das stimmt aber nicht, weil das nur die politische Meinung widerspiegelt. Ja, genau so ist es kacke, jemanden als Links-Grün-Versifft darzustellen, nur weil er die Grünen wählt oder weil er SPD oder die Linke wählt oder so. Richtig, und da kommen wir doch an einen Punkt langsam, äh, das geht auf Dauer doch nicht so gut. Wo wir uns alle nur noch gegenseitig ankacken. Ja, einerseits, wo wir uns alle nur noch gegenseitig ankacken, noch mehr Spaltung in unserer gesamten Gesellschaft ist und sich dann noch weniger. Wir haben ja teilweise eine Wahlbeteiligung von 60 bis maximal, also wirklich maximal 70 Prozent nur noch. Ja, wenn du den Leuten dann immer mehr eine, das darfst du nicht wählen, ja gut, wenn dann Freundschaften gekündigt werden dadurch möglicherweise oder sich Leute deswegen nicht mehr bei dir melden, ja, dann gehe ich halt gar nicht mehr wählen. Und da bin ich ganz ehrlich, an diesem Punkt war ich jetzt die letzten zwei Wochen, wo ich mir gedacht habe, ey, weißt du was, ich bin nur ehrlich gewesen, mir ist scheißegal, was jetzt andere Leute an mir stört, wenn ich das und das gewählt hätte, dann wähle ich halt zukünftig nicht mehr. Und dann garantiere ich dir, dann kommen in vier Jahren zunächst oder zwei Jahren des Bundestagswahl die nächsten, warum hast du nicht gewählt, warum machst du das nicht, ne? Weißt du, du kannst das den Leuten nicht recht machen oder du hältst einfach deine Schnauze und hältst dich aus dem Leben fern. Und das ist auch tatsächlich keine Lösung, nicht zu wählen. Ja, natürlich, es ist es auch nicht. Es ist keine Lösung und ich muss ja auch ganz mal ehrlich sagen, viele wählen diese Partei ja auch einfach aus Protest. Ja, das finde ich auch nicht gut. Ja. Also nur aus Protest, ohne sich auch mal irgendwie Wahlprogramme oder sonstiges durchzulesen, finde ich auch nicht cool, bin ich ehrlich. Ne, genau, ist überhaupt nicht cool und machen aber ja halt viele, weil sie sich daran denken, ja, wir verpassen jetzt der Regierung oder wir verpassen denen da jetzt mal einen Denkzettel. Und deswegen finde ich auch nicht gut. Ja. Ja, René, deine Meinung dazu mal? Bist du ruhig? Ja, ich habe euch einfach mal so ein bisschen debattieren lassen. Mein Spannpunkt dazu ist so, ey, wenn sich Freunde zoffen oder Bekannte, ist das völlig okay. Wir brauchen in der Gesellschaft auch Meinungsverschiedenheiten. Wir können uns auch mal gegenseitig die Köppe einschlagen. Benni und ich, wir vertreten ständig so ein bisschen andere Meinungen, andere Ansichten und haben dann ein bisschen hitzigere Diskussionen. Also, aber am Ende des Tages ist mir scheißegal, was der gelabert hat. Ich bleibe bei meiner Meinung stehen und das ist gut so. Und am Ende des Tages sitzen wir beide wieder hier in dem Podcast. Wir unterhalten uns in einer vernünftigen Tonlage und das ist super. Das ist alles, was die Menschheit braucht. Wir haben ein Recht auf freie Meinung. Scheißegal, ob in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land. Niemand kann euch eure Meinung in der Theorie her verbieten. Die Frage ist nur, ob ihr sie immer ausspricht in gewissen Ländern. Und das ist der andere Punkt dazu. So, zum anderen, jeder der euch die Freundschaft kündigt, nur weil ihr euch über politische Themen geäußert habt und gesagt habt, ey, ich will jetzt die AfD und der andere sagt, okay, wir sind dann jetzt nicht mehr befreundet, dann ist die andere Person einfach ein gottverdammtes Arschloch, weil er euch nicht als Person respektiert. Er respektiert nicht eure Meinung, sondern er will euch seine Meinung aufzwingen. Und das sind Punkte, die gehen gar nicht. Ich gebe euch jetzt nochmal ein kleines Beispiel dazu, vielleicht auch etwas extrem, aber wir müssen über so Themen dann auch immer mal ein bisschen mehr lachen. So, gehe ich jetzt hin zu meinen Kollegen, zu meinen zwei Schulfreunden, mit denen ich zwischendurch noch Kontakt habe und würde denen sagen, ey, ich gehe die AfD wählen, dann käme als erstes auch direkt so ein Kommentar, scheiß Nazi. Von mir wird dann als Gegenkommentar, was kommt, ein Drei-Denken, wie das ganze Thema endet. So, dann würden wir einen Joint rauchen, uns kaputt lachen über die Kommentare und wir sind alle am Ende des Tages wieder Freunde. Lacht doch ein bisschen darüber, über die andere Meinung der Leute. So, das ist doch auch völlig okay. Verpackt das mit ein bisschen Humor und lasst jedem seine Meinung. Das ist völlig in Ordnung alles. So, das ist mein Standpunkt dazu. Einfach Freundschaft sind Menschen, die einfach zusammenhalten. Komme, was wolle, egal was für eine Meinung man vertritt, egal was für Stress man hat, egal was für Scheiß man baut. Am Ende steht man immer wieder zusammen. Freunde sind die Familie, die man sich am Ende des Tages einfach aussuchen kann, die einem nicht durchs Blut dazugekommen sind quasi. Und das ist etwas Wunderschönes und was Menschen da draußen kaputt machen über Politik, über andere Themen, sei es Abtreibung, ja oder nein, ist das Tötung, ist das keine Tötung. So, so what? Wenn einer sagt, ey, für mich ist das Tötung, der andere sagt, für mich ist das nicht Tötung, kein Grund, deswegen die Freundschaft zu kündigen oder so. Also, im Herzen hat man immer noch viele gute Zeiten verbracht und viele harte Zeiten gemeinsam durchgestanden. Und die Person ist immer noch lange für euch da gewesen. Und dafür eine Freundschaft kaputt gehen lassen, einfach scheiße. Genau, aber auch da, und da müssen wir halt auch dazu sagen, das, was bei uns abgeht, ist ja eigentlich alles noch auf so einem Level, wo man sagen kann, wo man das so sagen kann, wie du das sagst, René, wo man sagt, okay, drauf geschissen. Und es hat auch auf unseren Alltag eigentlich jetzt gar keine Auswirkung. Nee. Weil, ne, das sind doch halt Wahlen, die sind einmal alle vier Jahre oder was, also Bundestagswahlen sind einmal alle vier Jahre. Da mache ich da mein Kreuzchen und damit verändere ich ja nicht die Welt. Also, ich alleine als Einzelperson. Es geht ja immer um die Grundstimmung im Land. Und ich meine, wenn man sieht, dass diese Partei jetzt immer stärker wird und man sieht sich einen Kanzler Scholz an, der sich hinstellt und sagt, wir haben kein Problem. Da muss ich sagen, ja, Junge, dann hast du es auch nicht anders verdient. Da kann ich langsam verstehen, warum die Leute aus Protest AfD wählen. Weil denen das auf den Sack geht, wenn du dich da hinstellst und einfach immer weiterhin alle Probleme, die die Leute meinen, die wir haben, zu ignorieren. Ich meine, ich finde, wenn ich das jetzt mal sagen darf, ich finde die Regierungsarbeit erste Sahne. Es ist eine der besten Regierungen, die wir je hatten. Weil die trauen sich was, die verändern was, die schaffen neue Gesetze, die gehen aktuelle Probleme an. Und dass das nicht immer zu Zufriedenheit aller passieren kann, das ist ganz klar. Und dass es da immer welche gibt, die dann unzufrieden sind und so weiter, das ist auch ganz klar. Aber insgesamt... Siehst du, ich kündige dir jetzt auch nicht die Freundschaft. Ich habe da komplett andere Meinungen. Ja, siehst du, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ihr da eine andere Meinung habt. René wahrscheinlich auch. Deswegen bin ich jetzt hier wahrscheinlich in der Unterzahl. Aber... Hat ja auch nichts mit Unterzahl zu tun. Du hast auch deine... Ist doch deine Meinung, ist doch okay. Ja, genau, ist meine Meinung. Und das Ding ist, ich könnte sie jetzt auch nicht detailliert begründen. Ich meine, ich lese viel im Internet und ich bilde mir auch durch das Lesen im Internet meine Meinung. Ich lese auch alle möglichen anderen Meinungen mir dazu durch. Und ich versuche halt auch so wenig wie möglich, mich in so eine Bubble zu begeben. Weil das ist ja immer die Gefahr, wenn man in so einen Echo Chamber reingeht. Und sich nur noch die Sachen durchliest, die man auch lesen will. Dann ist das klar. Dann hat man gar keine Chance, sich die Meinung irgendwie weiter zu bilden. Weil dann bleibt man ja immer in dem, was man sowieso hören will. Richtig. Und das ist auch, ne, der Google-Feed, der spielt da auch mit rein. Weil der Google-Feed, der füttert dich immer mit dem, wo er weiß, ja, der interessiert sich dafür. Dem seine Meinung ist das. Also schicke ich ihm jetzt nur das, was diese Meinung halt immer noch stärker werden lässt. Und genau begründen kann ich dir das auch alles nicht. Weil ich einfach, was einfach so viel ist an Info und an Input, was mittlerweile vorhanden ist. Was einfach überall, ich meine, wir müssen uns das vorstellen, was für ein Zeitalter wir leben. Früher hast du morgens deine Zeitung gelesen und das war's. Und dann war gut. Und dann hast du den Rest des Tages gearbeitet. Und heutzutage wirst du halt von früh bis spät nur noch beschallt mit dem ganzen Film. Ja, heute gibt's Fake-News und Dinge. Das ist ein Informationskrieg, der da tobt. Bei allem. Das ist auch nochmal so eine Folge, die ich mir auch aufgeschrieben hab, aber die will ich erst noch ein bisschen so ausarbeiten. Ich muss Benji an der Stelle gerade einmal hoch anrechnen und ich zieh da den Hut vor. Und dafür hat er den allergößten Respekt vor mir an der Stelle. Weil viele schießen derzeit so dermaßen gegen unsere Regierung. Auf der einen Seite berechtigt, auf der anderen Seite unberechtigt. Das ist individuelle Meinung. Und Benji steht mit seiner Meinung aktuell da, denke ich, so ein bisschen in der Unterzahl. Und ich habe davor den allergrößten Respekt, dass er das öffentlich so in einem Podcast äußert. Das sind auch die Punkte, die ich ihm dann hoch anrechne. So kann man das auch betrachten. Nicht, ey, der findet die Regierung gut, Mann, ist das ein Arsch? Nein, ich ziehe den Hut dafür, dass er den Arsch in der Rose hat, so offen zu seiner Meinung zu stehen. Und das Ganze öffentlich auch so kundzutun. Finde ich sehr, 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 sehr gut. An der Stelle möchte ich einmal erwähnen, unsere Meetingzeit läuft in 2 Minuten 56 Sekunden ab. Ja, deswegen müssen wir die Folge jetzt auch langsam beenden. Ich habe falschen Login genommen, sorry dafür. Aber gut, wir haben jetzt auch schon wieder 32 Minuten, heftig, 32 Minuten schon wieder darüber gequatscht. Ja, aber ich fand die Folge trotzdem sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Im Endeffekt hat mich das, was ich von anderen schon gehört habe, bei euch jetzt einfach nochmal bestätigt. Ich wollte einfach, das war jetzt für mich auch, müsst ihr jetzt auch so ein bisschen verstehen, so ein bisschen persönlicher Abschluss für mich. Mich hat das jetzt die letzten zwei Wochen einfach beschäftigt, dieses Thema. Ich habe mir verschiedene Meinungen angehört und sowas. Mich hat das extrem innerlich teilweise angekotzt, weil ich dachte, Alter, wo sind wir mittlerweile gelandet? Deswegen ist das jetzt für mich so ein guter Abschluss, diese Folge. Und dafür, finde ich, sollte auch ein Podcast auch mal geeignet sein. Einfach mal ein bisschen interessante Themen, aber auch ein bisschen Frust von der Seele reden und so. Fand ich ganz cool. Und ja, gerne, wenn ihr jetzt, wir haben jetzt, wie gesagt, noch knapp zwei Minuten Zeit, um die Folge noch fertig zu machen. Ja, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch draußen schon mal fürs Zuhören. Die nächste Folge wird auch sehr, sehr interessant werden. Da muss ich mir aber noch einen richtigen Folgentitel überlegen, weil das sage ich euch jetzt gleich nochmal im Off, was ich mir da überlegt habe. Und ja, ansonsten gehen die letzten Worte an euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Meinung. Ich denke, es war ein sehr, sehr cooler Podcast heute. Und gerne auch mal eure Meinungen draußen gerne dazuschreiben. Danke. Ja, ich fand es auch sehr interessant, cool da mal so einen Einblick bekommen zu haben, von euch beiden auch, was ihr so darüber denkt und so. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Meine letzten Worte an der Stelle sind, mich macht das Ganze, das Ganze ist ein bisschen politisch ausgeartet, das Thema, wie ich finde. Hat das, aber passt allerdings natürlich auch sehr, sehr gut zur aktuellen Situation. Und mich macht das unnormal sauber, dass Menschen da draußen stellenweise abziehen. Dass Freundschaften wegen politischer Meinungen auseinander gehen. Mich macht das so dermaßen sauer und traurig zugleich, dass ich hier sitze und gefühlt so einen leichten Flattermann habe. So, ich könnte hochgehen wie ein Atompilz dazu. Finde ich sehr, sehr schade. Also, meine letzten Worte dazu an der Stelle sind, Leute, verbreitet da draußen so ein bisschen mehr Humor. Versucht ein bisschen mehr zu lachen. Verbreitet ein bisschen mehr Liebe, Freundschaft in unserer Gesellschaft. Das tut uns allen sehr, sehr gut. Ich wünsche euch allen ein wundervolles Wochenende. Genießt die Zeit, habt eure Familie und eure Freunde lieb und Boing Flip.